So, wenn schon, denn schon. Haha, noch? Holzbrille mit goldenem Gestell. Was? Holzbrille mit goldenem Gestell. Holzbrille mit goldenem Gestell. Holzbrille mit goldenem Gestell. Holzbrille miturgence. Sekunde. Da ist irgendwas Böses. Teufelsschlingen. Joa. Oh, karierte Handschuhe. Die sind besser. Die sind ordentlich besser. Kohle, 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 Kohle. Warte mal. Ich glaube, hier kann ich gut Zutaten sammeln. Ah, ich glaube, das ist ein Amulett gefunden. Jetzt muss ich es nur noch zurückbringen. Wahrscheinlich dahin, wo die Teufels schlingen mich ein bisschen. Oh, meine Güte, ausgerechnet. Oh, meine Güte, ausgerechnet. Oh, meine Güte, ausgerechnet. Oh, meine Güte, ausgerechnet. Warte mal, hier war ich doch schon. Ich habe doch bei sowas keine Ahnung. Das könnt ihr mit mir doch nicht machen. Ich will immer erst mal die falschen Wege tatsächlich gehen. Oh, warte mal. Und hier bin ich reingekommen. Okay. Um halt nichts zu verpassen. So, hier war ich, da auch. Und da kam ich. Das ist wahrscheinlich hier so ein... Genau, so ein Gang. Ja, so ein Mohammed. Ja, okay, so ein Gang. Au, da komme er. Au. Au. Ihr habt das Gefühl, dass das Eis am besten mit dem... Au. Ich weiß, warum ich so viele... Ich weiß, warum ich so viele... Ihr habt das Gefühl, dass das Eis am besten mit dem... Ich weiß, warum ich so viele mir. Es tut mir. Ich weiß, warum ich es mir nicht vergleichen kann. Ich weiß, warum ich so viele ich die. Vielen Dank. Also bis jetzt mache ich am meisten Schaden mit dem Eisgedöns und dieser Kralle unten. Ja. Obwohl ich glaube nicht, dass das der gesamte Schaden war. Trollpopel. Mh, lecker. Ich finde, man sollte zeigen, wie man den Scheiß aus der Nase zieht. Das würde dem Trollpopel nochmal einen ganz anderen Vibe geben. Hallo, du kleiner Troll. Sei doch gar kein Troll. Ja, bringen wir das Familienwappen zurück. Haha. Wer weiß, was sonst noch zu rübe wird. Nicht nur die Füße. Er hat auch noch eine andere Wurzel. Der Bruder von ihr. Wo kam das denn jetzt her? Ja. Ich hätte mich auch an dem vorbeischleichen können. Ja, hat aber Spaß gemacht, der Trollkampf. Muss man gestehen. So, warte mal. Bin ich jetzt hier richtig? Nee. Ja, war eine schöne Gruft hier. Warum ist die Musik immer noch so böse? Als wäre der Teufel selbst hinter mir her. Eigentlich ist das doch Quatsch. Ist doch schon alles ruhig hier. Na ja. Na ja. Ja. So, wo ist denn die Samantha? Wo ist denn die Samantha? So, wie heißt das? Und die Ausgang? ich habe keine ahnung da ist auch kein bock hier wer hat an der uhr gedreht ist es wirklich denn so spät soll das heißen ja ihr leut mit dem graf ist schluss für heut der gräfchen geht noch zu der cementer danach geht er auf die leiter und dann fällt er ganz schnell um kann ich natürlich nirgends hin soll ich hier sein ich habe keine ahnung kann doch nicht sein dass es hier keinen eingang gibt okay die hecke finde ich cool komm schon warum meinst du denn so schnell holzkatze diese hölzerne statu bildet pangodon ab dem furchtlosen mäusejäger und hingebungsvollen lerngefährten auch furchtlosen mäusejäger wo ist die alte denn jetzt hin scheibendreck ich dachte ich könnte jetzt runterspringen gewächshausbaum das ist ein baum das ist schön ups 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, super. Ah, hier bin ich auch gleich bei Professor Weasley. Aber die heben wir uns für später auf. Hehe, ist das gemein? Einstellung Spiel speichern. Alles klar, Leute. Hier, macht's gut. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.